Warum Geld gezahlt, obwohl ich wegen meiner Beschäftigung Krankenversicherungsbeiträge zahle? Mein Name ist Peter Knüppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich habe am 18. Januar 2024 eine E-Mail bekommen. Dort schreibt uns der Betroffene. Hallo, meine Frage ist, wie kann ich mich gegen den Beschluss wehren als Rentner, dass man mir das Krankengeld verwehrt, auch wenn ich den reduzierten Beitrag an die Krankenkasse zahle? Diese Info habe ich jetzt von der Krankenkasse erhalten. Demnach bin ich jetzt nicht mehr in der Lage, meine laufenden Verpflichtungen zu bedienen. Wo hat man die Möglichkeit, dies anderen Rentnern mitzuteilen, damit diese nicht so vor den Kopf gestoßen werden? Ja, meine Damen und Herren, natürlich haben Sie die Möglichkeit, das uns Rentenbescheid24.de mitzuteilen. Ich habe auch selbstverständlich die passende Antwort für Sie. Sie haben offensichtlich einen Bescheid bekommen. Sie meinen damit den Beschluss. Sie haben offensichtlich einen Bescheid bekommen. Und in diesem Bescheid steht eben drin, dass Sie nach Auslaufen der Entgeltfortzahlungsphase, sechs Wochen nach erster Arbeitsunfähigkeit, dann kein Krankengeld mehr erhalten. Und ich vermute, dass in diesem Bescheid auch drin steht, dass Sie deshalb kein Krankengeld erhalten, weil Sie eine Altersvollrente beziehen. Wenn das so ist, ich kann es nur so vermuten, dann sieht es leider nicht so gut aus mit Ihrem Krankengeldanspruch. Und ich zeige Ihnen das mal, wo das steht. Und zwar im § 50 SGB V, Sozialgesetzbuch Nummer 5. Das ist die gesetzliche Krankenversicherung. Und da steht im § 50 Absatz 1 folgendes drin. Für Versicherte, die Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Vollrente wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung beziehen, endet ein Anspruch auf Krankengeld vom Beginn dieser Leistung an. Und genauso wird es wahrscheinlich bei Ihnen sein, Sie erhalten offensichtlich eine Vollrente wegen Alters und bekommen dann deshalb kein Krankengeld. Und zwar generell nicht gezahlt, weil der § 50 hier den Krankengeldbezug grundsätzlich vom Beginn Ihrer Vollrente wegen Alters ausschließt. So steht es im Gesetz drin. Was können Sie tun? Sie können nur eins tun, Sie müssten natürlich vorher mit einer ordentlichen Beratung durch einen Fachanwalt für Sozialrecht oder einen Rentenberater, der sich damit auskennt, hier die entsprechenden Schritte einleiten und aus Ihrer Vollrente wegen Alters eine 99,99% Teilrente machen. Dann ginge es auch noch, dass Sie hier Krankengeld bekommen können. Aber im laufenden Krankengeldbezug bei einer Arbeitsunfähigkeit, die schon festgestellt worden ist, ist auch hier die Teilrente, wenn man die erst danach macht, dann höchst problematisch. Und deshalb sollten Sie da bitte sich ordnungsgemäß beraten lassen, weil das kann auch ein Schuss nach hinten werden. Aber im Grundsatz, Altersvollrentner haben bei Beschäftigung, also Altersvollrentner haben keinen Krankengeldanspruch. Wenn Sie neben der Rente noch eine Beschäftigung haben, dann ist nach sechs Wochen Entgeltvorzahlung Schluss. Und dann müssen Sie sozusagen nur von Ihrer gesetzlichen Rente leben. Das ist aktuelle Rechtslage und aus dieser aktuellen Rechtslage kann ich auch keine anderen Ansprüche für Sie herleiten. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel und Rentenberater Peter Knöppel